Hey! Unser Rockstar! Was für eine große Freude! Peter, wir haben es gerade erwähnt, das war ein so emotionales Abschiedskonzert in Leipzig. Du hast gesagt, das war's, das war meine letzte Tournee. Aber das klang trotzdem so, als wenn du doch gerne noch weiter ein bisschen Musik machst. Also wir können doch alle hoffen, dass du hin und wieder wenigstens so eine kleine Tour spielen wirst für uns, oder? Um ehrlich zu sein, eine Tournee nicht. Ich werde auch nicht umfallen. Das, was wir angekündigt haben, das halten wir ein. Aber auf Musik verzichten können wir nicht. Insofern hast du recht. Es wird also einzelne Konzerte geben, Festivals oder ähnliches. Und ich habe auch nichts anderes gelernt, also ich werde dabei bleiben. Es macht einfach zu viel Spaß und den genießen wir in vollen Zügen, wann immer wir können. Und ich glaube, alle, die hier stehen, die sind auf jeden Fall bei den nächsten Konzerten dabei. Ja, die sind alle da. Ganze Blöcke haben schon auf dich gewartet dahin. Ich habe das ja abgefragt, auf den die warten, haben die gesagt, auf Peter Maffay. Jetzt hast du ja schon ein bisschen Zeit gehabt, zwischen dem letzten Tourkonzert da in Leipzig. Hast du das gemacht, was man macht, wenn man sozusagen sich die Zeit nimmt? Einen Baum pflanzen, ein Buch schreiben, ein Kind zeugen? Nein, eigentlich war die Tour zu Ende und alle dachten, dass eine gewisse Ruhe einkehren würde. Das Gegenteil war der Fall. Oh Gott. Und wir haben so eine Buchwelle abgearbeitet. Es gab ein Album, das rausgekommen ist, ein Buch und so weiter. Deswegen waren wir unterwegs, auch bis heute Nachmittag. Und ich denke mal, nächstes Jahr wird es vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber ich habe Spaß an Reisen. Ich habe Spaß, unterwegs zu sein. Herr Wilke, meine Frau, ist mit mir zusammen unterwegs. Wir können viel miteinander besprechen. Und insofern wird uns bestimmt nicht langweilig. Und es gibt auch nichts wirklich zu tun. Also Peter Maffay hat Spaß. Aber unsere Zuschauerinnen und Zuschauer des MDRs und die Leserinnen der Super-Ilu, die haben auch wahnsinnig Spaß an dir. Und deswegen haben sie heute Abend dich auserkoren für die goldene Henne für das Lebenswerk. Aber auch du kriegst natürlich einen Laudator. Und dieser Laudator ist ebenfalls eine Legende, meine Damen und Herren. Und dann hier ist der Kopf der Skorpions. Hier ist Klaus Meumel. Hallo. Hallo. Peter, grüße. Hi. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann für diesen ganz besonderen Moment. Und du hast gerade Leipzig gerockt innerhalb so kurzer Zeit zum zweiten Mal. Und einfach großartig dich zu sehen. Und mal wieder in Leipzig zu sein. Und dann schauen wir mal, was wir hier so schön vorbereitet haben. Lieber Peter, dein berühmter Held Tabaluga ist ein Drache. Aber wir zwei sind ja auch schon echte Dinos, oder? Du bist Jahrgang 1949. Ich bin Jahrgang 48. Was ist das hier? Die goldene Henne oder ein Veterantreffen? Ich glaube, ein bisschen ist es beides. Mit dir erhält heute Abend einer der größten und dienstältesten Rockstars des Landes die goldene Henne für sein Lebenswerk. Und ich, der ja auch schon ein paar Rock'n'Roll Jahre auf dem Buckel habe, darf ein paar Worte dazu sagen. Und das mache ich sehr gerne. Denn auch wenn sich unsere Wege nicht sehr oft gekreuzt haben in den letzten Jahren, treiben wir doch viele Erfahrungen und Überzeugungen. Du hast damals deine sagenhafte Karriere mit Schlagern angefangen. Und auch ich habe, bevor ich ein Rocksänger wurde, schon als Neunjähriger in kurzen Hosen Schlager jener Zeit getrellert. Rocco Granata, Marina und sowas. Ich glaube, Florian, das war noch weit vor deiner Zeit. Ein bisschen. Aber Schlager hin oder her, was uns immer angetrieben hat und immer noch antreibt, ist etwas anderes. Die Kraft, die Power der Rockmusik, die Fans, die Leidenschaft und die Chance mit unseren Songs, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit brauchen wir Musik wie Soul Food, Seelenfutter. Musik für die Seele. Die ist es immer wieder gelungen, genau diesen Nerv zu treffen, zum Beispiel mit Über sieben Brücken musst du gehen. Schon 1980 traf dieser Song die Sehnsucht nach Freiheit los, die neun Monate später zum Ohrfall führte. Das ist das, was die Menschen so sehr an dir lieben. Deine Lieder sind mehr als nur Songs, sie sind Statements. Sie gehen unter die Haut, sie sind Wegbegleiter und sie sorgen für kollektive Gänsehaut. So wie eben gerade auch. Oder? Und immer wieder geht es in deinen Texten um die Werte, die dich auch als Menschen ausmachen. Liebe, Respekt, Gerechtigkeit, niemals gegeneinander, immer miteinander. Du bist der geblieben, der du schon immer warst. Ein Mann, dem Augenhöhe wichtiger ist als ein abgefahrener Höhenflug. Du begegnest allen Menschen mit Respekt, egal wo sie herkommen, wie viel Geld sie haben oder was sie tun. Für dich zählt jeder Mensch gleich. Und denen, die es nicht so gut haben, versuchst du zu helfen, wo es nur geht. Mit deiner eigenen Stiftung, die in diesem Jahr auch schon sagenhaftes 25-jähriges Bestehen feiert, mit zahlreichen Charity-Aktionen mit und ohne den kleinen grünen Drachen, manchmal auch einfach mit einem kleinen Gespräch im Supermarkt oder auf dem Spielplatz, wo du jetzt öfter anzutreffen bist. Jetzt, wo du mehr Zeit hast für die Familie, weil du nicht mehr auf Tournee gehen willst. Aber du weißt ja, die Rock'n'Roll-Family, das ist so eine Sache, die haben wir auch im Herzen. Und trotzdem, wir sind beide auch Familienmenschen. Und ja, wir haben jahrelang viel zu wenig Zeit mit unseren Familien verbracht. Aber einfach so aufhören, das kannst du nicht. Und wenn ich ehrlich bin, mir geht das ganz genauso. Deine Fans lieben dich. Und auch du liebst deine Fans. Der Bock auf Rock'n'Roll ist einfach verdammt stark auf beiden Seiten der Bühnenkannte. Das ist unser Leben. Das ist dein Leben. Ein Leben voller Musik, voller Leidenschaft und mit ganz viel Herz. Dafür bekommst du heute die goldene Henne fürs Lebenswerk. Herzlichen Glückwunsch. 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 Überreicht vom Chefredakteur der Super-Elo Stefan Kubus. Yes. Jetzt kommt er. Stefan Kubus, der Chefredakteur, überreicht die Henne höchstpersönlich. Guten Abend. Guten Abend, liebes Publikum. Hallo Barbara, hallo Florian. Barbara, bist du satt geworden? Bist du satt geworden? Ich bin satt geworden, das war das Ziel. Lieber Peter, wir haben uns eben kurz vor der Show draußen unterhalten. Da habe ich dir erzählt, dass ich mit einem deiner unzähligen Hits eine ganz persönliche Geschichte verbinde. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Menschen so, denen du seit mehr als einem halben Jahrhundert Freude mit deiner Musik machst, deren Seelen du streichelst und deren Herzen du berührst. Und deswegen ist es mir eine ganz, ganz große Freude und Ehre, auch im Namen der Leserinnen und Leser, der Super-Elo, deine Lebensleistung, die Klaus eben mit seinen Worten gewürdigt hat, mit dieser goldenen Henne zu grünen und sie dir überreichen zu dürfen. Meine Damen und Herren, die goldene Henne fürs Lebenswerk geht an den großartigen Peter Maffay. Applaus 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 Liebe Barbara, liebe Florian, lieber Klaus, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal einen guten Abend Ihnen allen. Ich muss diese Zettel hier so aus der Hand legen und lese sie zum zweiten Mal. Applaus Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil eine so wunderschöne Rede erlebt man nicht jeden Tag. Lieber Klaus, ich danke dir aus ganzem Herzen dafür. Du berührst mich sehr. Dankeschön. Applaus Ich glaube, wir waren, ich war 15 Jahre alt, als meine Kumpels und ich das erste Mal eine Bühne betreten haben und vor Publikum aufgetreten sind. Die Musik war immer unser Schlüssel zu den Menschen und sie hat uns eine Tür geöffnet, hinter der sich eine über fünf Jahrzehnte lange Reise auftat. Ein wunderschöner Trip, der besser nicht hätte ausfahren können und uns alle glücklich gemacht hat. Menschen mit Liedern zu berühren und im Gegenzug von Menschen berührt zu werden mit Empfindungen, das ist ein wunderschöner Prozess. Ein Freund, ein alter Freund hat mir vor einiger Zeit gesagt, wir sind, was Begegnungen aus uns machen. Und weil das so ist, möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die dazu beigetragen haben, zu dieser Erkenntnis. Ich möchte mich bedanken bei unserem Schöpfer, bei meinem Schicksal, bei meinen Eltern, die ein hohes Risiko auf sich genommen haben, um mich mitzunehmen aus einer Welt, einer Literatur in eine freie Welt nach Deutschland, wo jetzt meine zweite und eigentliche Heimat ist. Ich möchte mich bedanken bei meinen Freunden, bei meiner großartigen Band, die wie eine Burg ist, über viele, viele Jahre hinweg. Wir sind eine Lebensgemeinschaft und ich möchte mich bedanken, vor allem bei meiner lieben Frau Henrike und bei unseren beiden Kindern, Jahres, der 21 ist und jetzt schön langsam einen Kopf größer als ich, was nicht schwer ist. Und unsere kleinen, 60-jährigen Anouk, die bereit sind, dieses Leben mit mir zu teilen, welches so wunderbar an Erfahrungen ist und reich. Ich kann es gar nicht aufzählen und fange erst gar nicht damit an. Diese Auszeichnung, die wir heute Abend hier bekommen, ich sage deswegen wir, weil viele beteiligt sind am Zustandekommen einer solchen Ehrung, eine solche Auszeichnung betrachten wir als Motivation für das, was wir in Zukunft tun können. Und in der bewegten Zeit, die wir alle erleben, gibt es viel zu tun, auch für Musiker. Und ich freue mich darauf, ich freue mich wirklich darauf, irgendwie in sinnvollen Prozessen stattzufinden. Und die Musik ist ein wunderbares Medium dafür. Ich danke Ihnen allen für diese Wärme, für diese Energie, die Sie uns schenken, die Ihr uns schenkt, jedes Mal, wenn wir eine Bühne betreten. Und für mich stehen heute Abend zwei Dinge fest. Erstens, das ist ein guter Tag. Und zweitens, ich gehe noch nicht fort. Danke schön. Die deutsche Hände für das Wärtschlag geht an Peter Maffei. Peter Maffei, herzlichen Glückwunsch.